Musik Herzlich Willkommen in der SWG 1 Wird im Kaisersaal Musik Ja, schön, dass Sie alle da sind. Ich bin Conny Winkler, Vormittags-Moderator bei Landeswörter Thüringen. Wir werden heute Abend den Abend gemeinsam verbringen. Wir werden heute natürlich nicht nur ordentlich feiern, wir werden hoffentlich auch sehr gut essen. Ich habe mich hinten schon mal umgeguckt, es gibt sehr leckere Kost. Es gibt sehr, sehr leckere Flammkuchen. Es gibt Waffeln, es gibt Hot Dogs, es gibt Brezeln, was auch immer Sie essen möchten. Sie werden auf jeden Fall nicht verhungern heute Abend. Zum Beispiel hier auf der rechten Seite, da haben die Stadtwerke Erfurt einen kleinen Wagen aufgebaut. Da können Sie jetzt schon einen Weihnachtsgruß an die Familie loswerden. Da können Sie sich filmen lassen in einer weihnachtlichen Umgebung mit Pinguinen. Musik Wir haben ja ab der kommenden Woche bei Landeswörter das Weihnachtsrunde. Wir sammeln Geld für das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland. Wenn Sie später beispielsweise Schlittschuhe ausleihen. Wir haben dort eine kleine Spendenbox. Wenn da irgendwie 5 Cent, 10 Cent, Euro, 5 oder 10. Wenn da was übrig bleibt, schmeißen Sie es gerne da rein. Das ist wirklich für eine sehr, sehr gute Sache. Jeden Tag ab 11 Uhr vormittags für Sie die Möglichkeit, hier vorbeizuschauen. Dann haben Sie einen schönen Freitagabend. Viel Spaß beim Eislaufen. 12 Uhr in den Nacht. 20 Uhr im Lauf im Lauf. 20 Uhr im Lauf. Untertitelung des ZDF, 2020